Hallo und herzlich Willkommen bei Open Innovation City. Wir sprechen ab heute hier regelmäßig über das Thema Open Innovation, über Innovationstrends und das Praxisniveau. Warum brauchen wir auch eine Innovation? Wir sehen leider, dass es gibt mehr und mehr Polarisierung in unserer Gesellschaft. Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit geben, bei der Gestaltung des öffentlichen Raums sich zu verteidigen. Zusammen sind wir stark und genau diese Zusammenarbeit und Zusammenstarksein ist, was wir in offene Innovationsprozesse nach vorne bringen. Vielen Dank an Isa Schnithuber und an Anikia Wattel. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank nochmal, dass ihr da wart. Bis bald.